Herzlich Willkommen in der Lounge Gersthof. Bei uns sind Sie richtig. In unseren modernen und großzügig gestalteten Räumlichkeiten bitten wir Sie zu Kaffee und Croissants oder Kuchen, mittags vielleicht auf ein Erdäpfelgulasch und ein Seiter Stiegelbier und dann gegen Abend mixen wir für Sie Cocktails aller Art. Ob Faschings-Gschnaß, Charity-Event, Oktoberfest oder X-Mass-Party, alles Wissenswerte über unsere jeweiligen Veranstaltungen erfahren Sie auf unserer Internetseite. Gute Laune und Partystimmung sind bei uns garantiert. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren nächsten Besuch in der Lounge Gersthof.